Leute, Klassenausflug in den Wald und wir reden jetzt mal über die verschiedenen Typen von Schülern. Erster Typ möchte gern Forrest Gump, der immer vorrennen muss, obwohl der Lehrer es ihm verboten hat. Jedes Mal so, jedes Mal! Typ Nummer 2, der denkt, der hat Agrarwirtschaft studiert. Oh, das ist feinster Agrarast. Der versucht sich immer beim Lehrer einzuschleimen und hat trotzdem eine 6 in Bio. Typ Nummer 3 und der bin definitiv ich. Der Unsportliche, der immer der Letzte ist und hinterher trat. Jetzt kommt aber ein Typ, den hab ich nie verstanden. Ich glaub, der hat Aggressionsprobleme oder so, aber der attackiert immer ohne Grund einfach Bäume. Und zu guter Letzt gibt es diese zwei besten Freunde, die dachten, sie würden den Weg besser kennen und sich verirren.